Mir wurde die Frage gestellt, wie ich Winter, Sonnenwende und Weihnachten feiere. Ich feiere ganz im traditionellen Sinn. Ich gehe in den Wald und hole dort eine Fichte. Ich singe, wenn ich die hole, meistens am Heiligen Abend oder kurz davor, singe ich ein Lied. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du hast ein grünes Kleid, im Winter, im Sommer, die ganze Liebezeit. Oder ähnliche Lieder. Und man trägt mit dem Tannenbaum so mehr oder weniger den Weltenbaum und das Leben ins Haus. Und dann, was man da hat, ist der Weltenbaum. Und die Äste sind die verschiedenen Dimensionen der spirituellen Welt. Und was man da ranhängt, die Kugeln und so weiter, das sind so Götterwelten. Also man stellt den Weltenbaum dar. Sehr gerne stelle ich auch die Krippe unter den Baum. Denn die Krippe ist so wie die alte Vision. Es ist so, dass das neue Leben, das Sonnenkind, das Licht im christlichen Sinn, das Christkindlein und aus dem Weltenbaum, aus dem Universum heraus geboren wird. Und dann Josef und Maria, also da habe ich keine Probleme damit. Ich bin kein eingefleischter Heide, obwohl ich das ganze Heidnische liebe. Aber das heißt nicht, dass sich auch nicht unsere Volkskultur, wie sie schon seit dem Mittelalter sich geformt hat. Also Josef und Maria, das ist das Menschenpaar, das ist wie Yin-Yang und in der Mitte, das sind Anima und Animus und sie empfangen das Christkindlein. Das sind dann Ochs und Esel und so, das ist die Tierwelt. Und die Kräuter in der Krippe, das ist die Pflanzenwelt. Also alles ist da. Und die Ersten, die dieses kosmische Wunder, die Geburt der neuen Sonne oder des Christkindes erleben, sind ganz naturnahe Menschen. Das sind die Hirten. Die Hirten, die da mit den Tieren auch verbunden sind. Und sie sehen, dass da was geschieht und gehen hin. Sie symbolisieren die Meditierenden, die offenen Seelen, die meditieren und sie sehen dieses Wunder als allererstes. Und dann sind noch die drei heiligen Könige und das sind die Weißen aus dem Orient. Und sie erfahren das Wunder, die Wiederverkörperung des Göttlichen. Und dann erfahren sie, indem sie die Sterne kennen. Sie sind die Gelehrten. Ihres ist nicht der Weg der Meditation oder der Innenschau, sondern sie sehen es im Markokosmos. Folgen den Sternen und kommen hin und geben wunderbare Gaben an das Christkind. Also da ist ein ganzes Mysterium und das kann man unter den Baum stellen. Und dann stellt man auch die Geschenke, die man den Menschen, die man liebt und Familien und so weiter, stellt man unter dem Baum. Denn aus dem Weltenbaum kommt der Segen und die Güte, die dann symbolisiert wird durch bunt eingepackte Geschenke. Also so machen wir das auch aus meiner sächsischen Heimat und auch anderswo. Da wird der Gänsebraten gemacht mit grünen Klößen, die was ganz Besonderes da sind und Rotkraut. Das mit den Gänsen, das verbindet auch mit den Ahnen, denn für die germanischen, keltischen Völker, ja sogar für die Hindus, ist die Gans, die fliegende Gans ein Symbol der Seele. Und die Schamaninnen, die haben sich oft als Gänse oder dergleichen dargestellt. Das ist wie ein totemisches Essen, ganz im ethnologischen Sinn. Es ist etwas Besonderes, man isst nicht Gänsebraten irgendwo anders im Jahr. Vielleicht in Süd- und Westeuropa, da isst man den Gänsebraten zu Halloween, also die Martins Gans. Denn für die Kelten war das Jahresende so eben Anfang November in der Totenzeit. Und da fing dann wieder der neue Zyklus an. Anderswo fängt der neue Zyklus dann bei der Wintersonnenwende an. Aber das sind so kleine kulturelle Unterschiede, die da sind. Übrigens ist es nicht so, dass man sich da irgendwie so strikt an den Kalender hält. Denn die Seele spürt ja sowieso, was im Makrokosmos stattfindet. Man spürt, dass in der Winterzeit wird man inniger, ganz natürlich. In der Wintersonnenwendzeit, da ist man ganz anders in Bewegung als wie mit Sommer. Mit Sommer, wenn man die Sommersonnenwendfeuer macht, geht man lieber raus. Die Tiere sind auch gerne draußen, die Kühe. Im Winter sind die Kühe gerne im Stall. Die Menschen sitzen am Feuer. Im Sommer ist es kosmisch. Da ist die Sonne das Feuer. Und man gerät in Ekstase, also nach außen gewandt. Und im Winter nach innen. Und man spürt die Jahreszeit. Und so machen diese Feiern wirklich Sinn. Die gehören, die sind organisch, haben die sich entwickelt, wie die Weihnachtsfeier. Anders in der heutigen Welt, wo Christmas wird dann universal gefeiert, wie eben Halloween und St. Valentine's Day. Ich war in Kalkutta, heiß. Und ja, da waren dann in den Läden, waren aus Styropor Schnee gemacht. Und dann Plastiktannenbäume, die es gar nicht gibt. Und dann, ja, Inder, kleine dünne Inder mit Santa Claus-Kostüm, roten Santa Claus-Kostüm. Es passt da, passt eigentlich nicht. Aber das sind so, das sind, wo sich Feste einfach abkoppeln und nicht mehr mit dem natürlichen Gang der Dinge verbunden sind. Also in Indien feiere ich die indischen Feste, weil die sind uralt. Und da kommt man wirklich in eine Stimmung, die die Seele nähert. Und so mache ich das überall. Aber Weihnachten in Kalkutta, das ist einfach bizarr.